Harry, Meghan, Kate und William auf einem Event 36, bei einem offiziellen Event auf. Zwar hatte man das Adelsquartet bereits beim Weihnachtsgottesdienst im englischen Sandringheim in der Öffentlichkeit gesichtet, doch mit dem Royal Foundation Forum in London gab es nun zum ersten Mal einen formellen Anlass für einen gemeinsamen Auftritt. In der englischen Presse wurden Harry, Kate und William bereits als die fantastischen vier bezeichnet und die vier hatten auch eine Menge Spaß, als sie vereint für den guten Zweck auf der Bühne standen. Auf dem Event unter dem Motto »Gemeinsam einen Unterschied machen« diskutierten die beiden Paare über ihre Karazieorganisationen, die sich unter anderem für Jugendliche mit psychischen Krankheiten, kriegsversehrte Solaten und den Schutz von Wildtieren einsetzen. Der Blick der Zuschauer war vor allem auf und ihre Schwägerin Kate gerichtet, die hochschwanger an der Veranstaltung teilnahm. So wie die Frauen auf der Forumsbühne lachten und kicherten, scheinen sie sich blendend zu verstehen. Die Royal Foundation wurde durch die Prinzenbrüder gegründet und ist seit 2011 betriebsbereit. Hat die Foundation nun eine weitere fleißige Unterstützerin, sie wird nach der Hochzeit formell ihre vierte Schirmherrin. Feuerwerk pit Doom Feuerwerk 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.